Hallo und herzlich willkommen zurück bei Turtles Shredders Revenge. Wir sind stehen geblieben bei Episode 10 und deswegen lasst es jetzt hart angehen. Nein, keine Ahnung. Hier das ist doch auch irgend so eine Schildkröte, so eine mutierte. Verpiss dich, Roboter. Hm, 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 hm. Na? Ach. Ich doch. Die Musik ist teilweise richtig gut gelungen. hier. Alte Konami-Vipes. Aua. Fiss dich. Wissiger Roboter-Vogel. Kick dich vom Motorrad, du dumme Sau. Ja, das muss ich. Oh. Oh. Oh Gott. Lass mich noch in Ruhe, ey. Bei diesen Haaren. Oder ich zu doof. Oder beides. Kann auch immer wieder drauf sein, ey. Nein. Noch einer. Da war eine Pizza, oder? Da oben. Scheiße. Der hält aber auch aus. Oh, Pizza. Da. 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 21 Uhr. Wien. Kina. 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 Ich glaube bei den Roboter muss ich einfach mehr Sprungangriffe machen. Wer ist Schröder? Lass mich. Ich hasse dich. Ah, das war früh. Es geht, es geht, es geht. Wenn man weiß, wie sind diese Robotervögel gar nicht so schlimm. Oder was auch immer das sein soll. Hühner. Das sind ja Vögel. Alle ist am explodieren hier. Ach du Heilige. Aber den hatten die Leute auch schon mal. Der spuckt doch gleich einen Roboter aus. Also schnell töten, sonst wird es schlimmer. Noch einer. Nicht mehr. Doch. Aua. Ja. Komm her großen Maul. Ich hoffe Roboter zu kotzen. Oh ja gleich zwei. Nice. Ich geh trotzdem auf die Fresse. Ja und noch so einer. Ja. Jetzt bezahle ich hier. Ich seh gar nichts mehr. Ah hier. Aua. Auch unbedingt ne Pizza. Ja. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Ja. Einer weniger. Bei. 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 noch runter. auch nichts. Genauso wie ich. Achso, der hat schutzstätig gehabt. Scheiße. Das ist jetzt auch damit, der nicht auszuhalten hier. Oh, Energie, ich brauche dich. Was war's mit dir? Kleiner Pissar. Es ist auch so klar für mich jetzt. Die Turtles sind meine Freunde. S-s-s-s-system-crash. Huch, ich bekomme noch eine Flüchtlinge und eine Flüchtlinge. Cowabunga! Die Stage war ein bisschen schwerer. Oh, das Unterteil. Gleich ist er komplett. Heute, ich sterbe auf Turtles. Ja! Episode 11. Wir werden eben gucken hier wegen den VHS-Kassetten. Der war das, ne? Okay. Du musst meine VHS-Kassetten finden. Okay. Dinosaur Stampede! Wir werden los angstens. Uf, dieөnig sind. Sehr migrant. Ja, und für Ceratops mit Raketenwerfer, ja natürlich, wie ne Truhe früher. Darum sind auch die Dinosaurier ausgestorben. Wenn ihr alle Raketenwerfer hatten. Okay. Ne, ein Tape brauchen wir noch. Shit. Shit. Scheiße. Shit. 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 Ich glaube, die Käfer haben wir auch gleich komplett. Oder haben sie schon? Ich weiß es nicht. Das ist das erste Mal, dass ich Crystal finde, glaube ich. Aber den Typen werden wir auch noch kennenlernen, der das will. Das ist das erste Mal. Das wird langsam schwerer. Auf jeden Fall. Oh, Boss. Der Anführer der Becerra-Cops, Captain Zorax. Kriegt trotzdem aufs Maul. esto ist das Chance. Haben Sie? Oh, wer? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017